Ja, herzlich willkommen zu einem aus der Reihe tanzenden Video, denn es ist nicht Montag, ich lade heute kein Video hoch, sondern es ist heute Freitag und ich lade trotzdem ein Video hoch. Es geht um Karl Lauterbach, viele mögen ihn, viele mögen ihn und das Interessante ist, natürlich hat er sich sehr viele Freunde gemacht, vor kurzem mit der Aussage, dass er meinte, dass jetzt auch Kontrollen bezüglich des C-Punkt vollstatten gehen sollten in Wohnungen und damit hat er sich natürlich wirklich viele Freunde gemacht. Aber, ja, was sehr interessant ist, passiert, denn er hat sich geäußert zu Vitamin D, ja, und Vitamin D und C-Punkt. So, und das Interessante war, da schauen wir uns einmal hier, ich lese euch mal kurz vor, obwohl es keine randomisierten Studien gibt, glaube ich, also der Herr Karl Lauterbach glaubt, dass vorliegende Studien geringerer Qualität ausreichen, bei Vitamin D-Mangel Tabletten einzunehmen. Ja, schwerer Covid-19-Verlauf wohl unwahrscheinlicher. Ich rate, beim nächsten Arztbesuch Vitamin D-Test, ja, so. Das ist erstmal sehr interessant, dann hat er noch ein paar weitere Sachen gesagt, und zwar Vitamin D-Mangel ist auch bei anderen Infektionskrankheiten Risikofaktor. Schwächt Immunfunktion, auch Krebsrisiko steigt teilweise. Daher überraschen Studien nicht, dass Vitamin D-Mangel höheres Infektionsrisiko wie auch schwerere Verlaufe verursacht, ja. Ja, sehr, sehr spannend, und dann sagt er hier noch, Werte von unter 20 Nanogramm ist nicht so optimal. Ich glaube, das war es, hat er sich noch irgendwo zu geäußert, weiß ich nicht. Aber wir schauen doch mal in das hier rein, und zwar die Studie, die er dann da quasi angehängt hat, auf die er sich bezieht. Und da schauen wir jetzt mal rein in diese Studie, was diese Studie sagt, und ihn veranlasst das sozusagen, was er dort gesagt hat auf Twitter. So, ich klicke hier mal rein in die Studie, und zwar sehen wir hier den Graphen, das ist sehr, sehr spannend, und zwar, wir sehen im dunklen Feld, sehen wir Covid-19-Positiv-Getestete. Die anderen sind negativ getestet, die interessieren uns nicht. Das heißt, hier geht es um die positiv Getesteten, das sind die dunklen Balken hier, so. So, und wir sehen links, ja, auf der Achse sehen wir die Anzahl von Patienten, und unten sehen wir den Vitamin-D-Level, bevor getestet worden ist. Das Interessante ist, dass je höher der Vitamin-D-Spiegel war, desto weniger ist man auf Covid-19-Positiv getroffen. Und man sieht hier ganz klar eine Korrelation, ja, das heißt, wichtig, es ist nicht kausal, es ist ganz, ganz wichtig, nochmal zu sagen, es gibt keine Studie, die belegt, dass Vitamin-D-Kausal-C-Punkt tötet, das ist einfach nicht so. Und man sieht jetzt hier auch, dass mehr randomisierte Kontrollstudien noch gefordert sind halt, ne, aber hier anscheinend schon eine Korrelation, Korrelation, ja, vonstatten gegangen ist, ja. Und das sagt er, ne, er formuliert es vorsichtig, sagt, es gibt Korrelation, es hat sehr wenig Nebenwirkungen, warum nicht einfach nehmen, kostet nicht viel, und hat auch andere schöne Vorteile, ähm, und das war seine Aussage. So, ich möchte noch ein bisschen weitergehen, denn ich möchte weitere Korrelationsstudien euch zeigen, die auch nicht sagen, dass es, wie da gesagt, ja, Kausalitäten ist, dass das jetzt Vitamin-D ganz maßgeblich auf C-Punkt positiven Einfluss hat. Aber es gibt anscheinend Korrelationen, die zeigen, dass Vitamin-D und C-Punkt in einem bestimmten Verhältnis sind und dass etwas passiert. Und zwar diese Studie mit 190.000 Patienten, das ist so ziemlich das Beste, was ich überhaupt gefunden habe auf dem Planeten, wahrscheinlich in der Milchstraße, aber wir schauen mal hier rein. Und zwar sehr, sehr spannend, hier war die SARS Punkt, 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 zwei Rate, ja, die Positivrate, und die ging maßgeblich nach unten, je höher der Vitamin-D-Spiegel war, und zwar war der Peak hier circa bei 50 Nanogramm pro Milliliter. Wir schauen gleich mal, wo ungefähr Deutschland steht, wo der Wert denn ungefähr bei Deutschland ist, da schauen wir uns gleich nochmal alles ganz genauer an. Also, ganz klar, höherer Vitamin-D-Spiegel, 55, ja, Nanogramm pro Milliliter hatte die niedrigste C-Punkt-Rat, Positivrate, ja, bei der Testung. Das war sehr, sehr schön zu sehen, und zwar, weil die Studie so groß war, konnte man sich herausnehmen, das Ganze im Norden von USA, in Zentral von USA und im Süden zu testen, auch nochmal zu differenzieren, genauer genommen in der Studie. Und auch hier immer das gleiche Ergebnis, die gleiche Korrelation, ja, antiproportional, weniger Positivrate, höher Vitamin-D-Spiegel, ja. Ebenfalls antiproportional zu vermerken war, Schwarze mit nicht, ja, spanischem Hintergrund oder welche mit spanischem Hintergrund und Weiße mit nicht spanischem Hintergrund, ja, gleicher Trend zu sehen. Und das gleiche hat man dann auch nochmal gemacht, auf dekadenter Weise für Männer und für Frauen. Und auch dieser Trend war komplett identisch, das war sehr interessant. Doch ich möchte etwas darauf eingehen, weil viele sagen immer nur, es ist eine Infektion der Atemwege, und ich sage, das ist nicht so. Es ist ein anderer Ursprung, ein anderes Problem geht vonstatten bei einer Infektion mit C-Punkt, und die möchte ich hier einmal genauer belichten, denn die Medien berichten darüber leider nicht. Es wurde hier eine Studie gemacht, die ist hier genannt, dann halt hier und die ist auch verlinkt, und dort geht es um das Endothelialmodell, beziehungsweise die Endothelialzellen, und dort wurden bestimmte Sachen halt untersucht, bezüglich der Endothelialzellen. Und Vitamin D, 25-OH-Vitamin D3 und 1,25-OH-2-D3, das heißt Dihydroxy-Vitamin D3, die hormonelle Form, ja, nicht sofort, aber hatten einen Einfluss auf, also beziehungsweise wirkten stabilisierend auf das Endothel. Und zwar, das Vitamin D, das normalerweise bis zu 100 Mal höher ist als die hormonelle Form, das normale Vitamin D, ja, ich sag nochmal, ich möchte hier mal kurz zeigen, das normale Vitamin D ist gemeint, das Kohle-Calze-Firol, ja, das heißt, das ist quasi diese Form, wenn du über die Sonne, ja, das wird erst das 7, ist egal, über die Sonne wird normalerweise Vitamin D gewillt, oder wenn du es halt einnimmst, dann nimmst du Kohle-Calze-Firol ein. Von diesem reden sie jetzt hier gerade nochmal kurz im Verständnis, da habe ich das hier nochmal gezeigt, ja, was mit Vitamin D gemeint ist. Ja, dass das Vitamin D normalerweise 100 Mal höher ist als die hormonelle Form, aber 10 Mal so potent war wie die hormonelle Form, bezogen auf das Endothel, und 1000 Mal so stark wirkte wie das 25-OH-D3. Das ist das Vitamin D3, was durch deine Leber gelaufen ist schon, mit einem Vitamin D bindenden Protein hintendran, das ist das, was du quasi misst bei dir im Blut. Und das Kohle-Calze-Firol hatte hier 1000 Mal so starke Wirkungen, ja. Man sieht aber auch trotzdem, dass ganz klar, Studien haben gezeigt, dass die hormonelle Form wichtig ist für das Endothel und vor allen Dingen für das Stickstoffmonoxid, für die Synthase. So, das reguliert quasi die Enos, das heißt die Stickstoffmonoxids sind Hasen, die das absondern, denn Stickstoffmonoxid stimuliert quasi dein Endothel sich zu bewegen. Ja, so muss man jetzt genau genommen die Muskulatur dahinter, aber dass das geschmeidig bleibt. So, und wenn das nicht vonstatten gehen kann, kann der Blutfluss nicht mehr funktionieren, in dem Maße wie es soll, Sauerstoff gelangt nicht mehr zu den Zellen, die mitochondriale Atmungskette wird kollabieren, ja. Ja, so, und jetzt möchte ich nochmal auf was eingehen und zwar, wir haben ja gesprochen, es gibt Vitamin D, es gibt das 25er Vitamin D und das 1,25er Vitamin D. So, es gibt verschiedene. Und ich möchte nochmal kurz sagen, von dem Video von mir hier, das ist circa zweieinhalb Jahre her, da habe ich schon genau das gepredigt, ja. Man hat gezeigt, dass das Vitamin D, das Kohle-Calze-Firol, tausendmal so eine krasse Wirkung hatte, ja. So, und ich möchte hier nochmal ganz klar zeigen, warum ich damals schon vor zweieinhalb Jahren, wo es noch keiner darüber geredet hat in Deutschland, ja, habe ich es schon gesagt, die tägliche Einnahme von Vitamin D ist ganz, ganz wichtig und zwar das Kohle-Calze-Firol, ja. Wenn du es nicht täglich einnimmst, dann wird das normale Vitamin D, das Kohle-Calze-Firol in der Leber zu dem 25-OH-D-Vitamin D umgewandelt. So, und warum das so schlecht ist, warum man immer frisches Kohle-Calze-Firol braucht, das heißt Vitamin D ist das, weil deine Zellen nur, beziehungsweise maßgeblich, zum großen Teil nur das frische Kohle-Calze-Firol-Vitamin D selbst aufnehmen können. Die ganze Prozedur, was die Leber macht und was die Niere macht, in das Hormon später umwandeln, das kann jede Zelle selbst, denn jede Zelle hat selbst das 25-Hydroxylase-Enzym und das 1-Alpha-Hydroxylase-Enzym und kann die aktive Form, das Hormon, selbst in sich bilden. Und damit ist es so wichtig. Und von daher an, habe ich es damals schon gepredigt, ja. Und man sieht auch ganz klar, ich habe auch noch Studien hier gezeigt, ich muss mal kurz schauen. Hier sehen wir zum Beispiel das Vitamin D, das Endokrine-System, ja. Das ist der Weg, der normalerweise so passiert, wenn es schon durch die Leber gelaufen ist und in der Niere ist, ist maßgeblich nur für den Calcium-Stoffwechsel da. Und was ich jetzt ebenfalls hier gezeigt habe, ist, dass gerade der Weg, wenn deine Zelle es selber bilden aus dem frischen Vitamin D, ja, das ist für dein Immunsystem und für die Wirkung bezogen auf Krebs und solche Sachen zuständig, ja. Ich hoffe, das ist nochmal klar geworden, dass frisches Vitamin D, dass der Schlüssel überhaupt ist, ja. So, und jetzt möchte ich euch einmal genauestens zeigen, warum das das Problem ist bei C-Punkt, warum die Indotel-Funktion wirklich absolut entscheidend ist. Und natürlich haben wir gelernt, dass Vitamin D einen Einfluss hat auf die Indotel-Funktion. Auch hier wieder keine Kausalität, überhaupt nicht, sondern nur wieder hier eine Korrelation von mir als Person. Und zwar, also, das ist hier sehr, sehr schön dargestellt, ich möchte es ja mir ja kurz zeigen. Das Wichtige ist, wir sehen ganz links O2, das ist der Sauerstoff. Der Sauerstoff kann mithilfe von NADPH-Oxidase, das ist ein Enzym, ein Elektron abspalten, dann entsteht ein Superoxid-Radikal. Wir sehen hier ein überschüssiges Radikal. Warum macht der Körper das? Der Körper macht das, weil er dieses Radikal braucht, um Viren, andere Pathogene zu töten. Das ist ganz wichtig, wir brauchen Radikale in einer bestimmten Konzentration, an einem bestimmten Ort, ja. Damit der Körper, deine Immunzellen, radikale Pathogene, Viren, Bakterien und so weiter damit töten können. Das ist ein wichtiger Vorgang. So, dann kann das Ganze nochmal passieren, es kann ein weiteres Elektron abgespalten werden und es kann quasi Wasserstoffperoxid daraus werden. So, dann ein weiteres Elektron, ja, dann kann das Hydroxid-Radikal daraus entstehen und dann später Wasser. So, wichtig ist, das Ganze kann auch wieder entgiftet werden, ja. Wir sehen hier die Superoxid-Dismutase zum Beispiel kann das Superoxid-Radikal entgiften. Dazu habe ich ein externes Video gemacht, vor kurzem auf meinem Kanal habe ich es exakt alles erklärt, das ist alles schön und gut. Das muss auch vonstatten gehen, denn du musst vorstellen, wenn das zu viel passiert, ja, die ganze Zeit und das nicht gestoppt wird, dann kann dein Gewebe Schaden nehmen durch diese ganz vielen Radikale, ja, die ja Elektronenmangelverbindungen sind und dem umgebenden Gewebe Elektronen klauen und damit die Funktion verändern des umliegenden Gewebes, ja. Das heißt, das müssen wir auf jeden Fall verhindern, ja, so. Wir sehen hier, dass das Wasserstoffperoxid später kann dann entgiftet werden durch die Glutathionperoxidase, die dann halt ein Elektron überträgt von Glutathion, das dann zu dem Sulfid-Molekül von, zu dem Disulfid-Molekül quasi von Glutathion wird. Aber das Entscheidende ist das jetzt, also. Wir sehen hier unten Angiotensin 2. So, das Angiotensin 2 macht folgendes, es wandelt das Angiotensin 1.7 um. Und zwar, warum es das tut, denn dieses Angiotensin 1.7 hemmt die NADPH-Oxidase, das heißt, sie unterbindet das aus Sauerstoff, Sauerstoffradikale wird, die dann Pathogene töten. Das ist ja gut, wenn wir Pathogene haben, aber wenn das unkontrolliert die ganze Zeit vonstatten geht, im Übermaß, dann passiert natürlich Folgendes. Du hast ein riesiges Aufkommen von Radikalen und wenn das gerade in deinem Endothel passiert, dann wird dein Endothel kollabieren, ja. Und wenn dein Endothel kollabiert, kann kein Blut mehr weitergeleitet werden, ja. Dein Herz verliert die Fähigkeit, das Blut quasi durch das Endothel, was sich ja dann ausdehnt, je nachdem, wenn der Blutschlag gerade kommt, weiterzuleiten, ja. So, und wir sehen hier, das ACE2, das heißt, Angiotensin-Converting Enzyme, das heißt, das Angiotensin-Konvertierende Enzym, wird gehemmt durch C-Punkt, sehen wir hier. Das hemmt das C-Punkt, das heißt, es kann nicht mehr verhindert werden, dass NADPH-Oxidase, ja, inhibiert wird. So, und das hat zufolge, dass unendlich Radikale entstehen und das hat zufolge, dass dein Endothel kollabiert, ja. So, kommen wir dazu in einem anderen sehr interessanten Paper, hier geht es auch wieder um, das hat 200 Reviews, das ist einfach so, ja, toll und viele aussagekräftige Studien sind hier verlinkt. Und man sieht auch hier wieder Vitamin-D-Gabe, ja, so ungefähr 1.500 bis 2.000, ja, bei Übergewichtigen, später dann auch 4.000 bis 6.000, so, und Upper Limit, ja, das Limit sehen wir hier 4.000 bis 10.000. Was ist in Deutschland das Limit? 1.000, ja. Ich möchte das nur mal kurz wiederholen. Ja, das möchte ich einfach noch mal ganz kurz wiederholen und gesagt haben, hier sehen wir auch noch mal den Part mit der Endothelfunktion, den ich gerade vorgelesen habe. So, wir sehen ebenfalls Immunzellen, haben ebenfalls Vitamin-D-Rezeptoren, ja, sehen wir hier die T-Lymphozyten, wir sehen das gleiche auch bei den B-Lymphozyten, sehen wir ebenfalls Vitamin-D-Rezeptoren, werden exprimiert, werden ausgebildet, wenn sie aktiviert werden, ja, das heißt, es gibt anscheinend Korrelationen. zu Immunzellen, ja, die docken da nicht ohne Grund da an. Das Interessante des Papers war auch noch, ja, it is advisable, also das heißt, es ist ratsam, that one, das heißt, dass jemand eine adäquate, beziehungsweise moderate Vitamin-D-Level erreichen sollte, und zwar circa von 40 bis 60 Nanogramm pro Milliliter. Und, also in Verbindung damit, dass man sein Risiko quasi von einer C-Punkt-Infektion mindern möchte, ja, dafür raten die quasi aus diesem langen, superlangen Paper, ja, mit 150 Studien, 200 Studien, 200 Studien, glaube ich, wurden hier verlinkt, 40 bis 60 Nanogramm. Jetzt schaut man sich das Ganze doch mal an, dann sieht man, dass in Deutschland laut dem Robert-Koch-Institut ein Wert unter 20 Nanogramm pro Milliliter, ja, wir haben hier gerade von einem Wert von 40 bis 60 geredet, ja, das ist so das, was die 200 Studien quasi herausgegeben haben. Wir haben in Deutschland einen Wert, aber von unter 20 haben 56 Prozent der Erwachsenen von 18 bis 79, das müsst ihr euch mal vorstellen, 56 Prozent haben einen Wert von unter 20 Nanogramm. Hier wird empfohlen, 40 bis 60, das heißt, das Zwei- bis Dreifache, was wir nicht erreichen. Und wir sagen auch hier nochmal, die Upper Limits waren ja hier über 18 Jahren 10.000 Vitamin D. In Deutschland ist immer noch 1.000 erlaubt, obwohl 56 Prozent nicht mal 20, nicht mal ein Drittel von dem erreichen, was hier empfohlen wird. Ich kann das gar nicht in Worte fassen, was hier los ist überhaupt in Deutschland, das muss aber jeder selber wissen, wir müssen uns alle daran halten, wir wissen, wir fassen kurz zusammen, es gibt keine randomisierten Kontrollstudien, es gibt keine Studie, die kausal belegt, dass Vitamin D bei C-Punkt hilft, ja, das gibt es nicht. Das sagt Herr Lauterbach völlig korrekt an dieser Stelle. Es gibt Korrelationsstudien, auf die Herr Lauterbach sich bezogen hat, bezüglich C-Punkt und Vitamin D, wie diese zu interpretieren sind, ist jedem selbst überlassen, das habe ich hier einfach nur getan. Ja, es gibt nochmal zusammenfassend einen Einfluss auf das Endothel von C-Punkt, das ist ganz klar so beschrieben in der Biochemie und auch von vielen Medizinern aus dem englischsprachigen Raum, die sind anscheinend hier deutlich weiter als wir, von dem Verständnis, beziehungsweise nicht von dem Verständnis vielleicht, sondern von der Kommunikation zu euch, zu einem Volk. Und ja, das habe ich euch nochmal kurz die Verbindung einmal hier aufgezeigt, weil ich eine sehr hohe Affinität zur Biochemie habe. Ja, das war es auch schon von diesem Video. Wer sieht hier, Deutschland hat einen deutlichen Mangel von Vitamin D und es wird nichts unternommen hier. Der Einzige, der sich dazu geäußert hat, auch wenn ihn alle nicht wahrscheinlich mögen, ist Karl Lauterbach und Angela Merkel ist meines Erachtens dort absolut hinterher in der Wissenschaft, genauso wie Jens Spahn. Und das ist einfach nur sehr traurig anzusehen. Dankeschön fürs Zusehen. Ich muss auch jetzt wirklich langsam schlafen. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein paar Inputs geben von mir. Bis zum nächsten Video. Montag. Bis dahin. Ciao. Montag. 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 Montag.